Laddalandalandalandalandaland Hamise. Ich schalte YouTube ein und wir sind alle da. Ja, Guten Morgen aus Berlin! Geil und blah blah Ja! Wir treten heute mit den XXLTuber Days auf Ja! Mit 20 Minuten, mache die Maschine an! Ihr bleibt alles Sorgen! Klickt oben an Infocard! So, wir sind jetzt da! Habt ihr ein Bändchen? Nein, egal, ich kenn euch. Ich hab drei Bändchen. Ohhh, from Schwarzburg olla. Wir würden euch gerne interviewen. Ja, das machen wir sehr gerne. Das wäre sehr gut. Der Manager muss erst ja sagen. Manager? Ist das der Manager? Wie heißt der? HW. HW. Also, HW, man packst du? HW, man packst du? HW, man packst auf jeden Fall. Du wirst gar nicht wissen, wer den schon heiß in der Hand hat. Okay, Alter. Scheiße. Wir haben jetzt Soundcheck. Soundcheck. Und hier werden die Leute gleich stehen. HW. Ist doch geil. HW. HW. So, hier ist die UNNAUF-Fraktion. Die haben sich natürlich wieder den geilsten Platz ausgesucht hier. Den geilsten Platz ausgesucht hier natürlich. HANI auch. Den besten Platz hier ausgesucht. Yes. Ja, du passt nicht mehr drauf, ne? Tut mir leid. Scheiße. Alter. Ich trinke hier Froschlaich. Froschlaich. Ey, ohne Scheiß. Das schmeckt wie Froschlaich. Uh. Hallo. Guck mal, wer hier ist. Da ist er. Der Robby. Und nervös. Warte, wer auftritt. Ich trete auf. Bist du aufgeregt? Ich trete auf? Ja. Echt? Ja. Scheiße. Jetzt bin ich nervös. Ah. Oh, jetzt gehen erstmal alle auf die Bühne. Guck mal, wer hier ist. Hallo. Guck mal. Der Maniaki ist auch da. Kamerception. Sogar alle mit der Kamera in der Hand. Ich nicht. Ich nicht. Oder seht ihr jetzt eine Kamera in meiner Hand? Oh. Ich guck mal, ob das Bild schön ist. Ja. Können wir mal machen, gell? Ja. Es war schön, euch gekannt zu haben. Oh, das ist schön. Ja. Und dann geht's richtig los. Okay, Leute. Wer sind wir? Ja. Ja. Auch Alexander Straub. Und auch Bühne. Ja. Hallo. 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 Maxim Neuss hier. Gneische. Was geht ab? Es geht alles ab. Wir sind heute hier beim XTL YouTuber Day. Ach so, jetzt ist die Kamera schon wieder aus. Hat die mein Gesicht erklangt? Normalerweise erkennen die mich immer nicht. Warum nicht? Weil es nicht aussehen wie ein Gesicht. Boah, hier ist die Chill Out Area hier. Boah, ihr müsst zu trinken, Herren. Ich glaube, das waren die letzten. Boah, boah, boah. Boah, 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 boah. Willst du was trinken, Bro? Finally. How are you doing? Danke, das war ich gebraucht. Danke. Die Hälfte haben wir. Und es klappt wirklich super. Moment, was meinst du mit wir? Ich mach hier schließlich die ganze Arbeit. Jetzt aber los. Sascha, Kenny, jetzt kurz noch Bibi. Flo, Long, Simon, Clemens, Sandy, Fred. Moritz, Jule, Bam, Manga, Tandam, Ten, No Bullshit, Vincent Lee, Steve. Hey, komm, abonnier, komm, abonnier, komm, abonnier, komm, abonnier. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier, YouTuber. Daumen hoch und like und abonnier. Like und abonnier, YouTuber. Geile Scheiße. Dankeschön. Geile Scheiße. Ich hab Filme, was ist das? Was? Das darf man nicht Filmen. Wir müssen gegessen werden. Ach so. Ja, im Essen oder? Wir filmen uns beim Essen. Jetzt aber los. Ja, okay. Jetzt kommt es los. Das kann ich nicht. Ich hab ein paar Mal mit. Komm jetzt und ist. 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 Ruhe. Geile, Ruhe. Jetzt wird sie da aber sexy. Wir müssen gucken, wenn jetzt die Show vorbei ist. Aber im Stream siehst du besser aus irgendwie. Nein, war Spaß. War Spaß. Ja, hier. Ich dachte du bist größer. Das war nur Spaß. Geht los. So, die Show ist vorbei. Gehen wir jetzt eigentlich hin? Wir gehen jetzt zum Mieter. Ich bin nämlich. Was ist das? Bei einer MET-Dusche. Was? Eine MET-Dusche? Wie können wir jetzt wohl Autogramme geben? Hier. Das hat jetzt jeder hier und sein Handy gekriegt. Geil, wa? Kann man so stativmäßig und auch hier festhalten. Schon geil. Da ging was schief bei Mimi und du. Da geht nie was schief. Da sind sie perfekte Pärchen, Mann. Zeit ist halt schief. Was denn da ging was schief? Sie dürfen sich nicht trennen. Die Streberbank. Mich auch nicht. Wir haben den geilsten Tisch eigentlich. Voll. Voll. Oh, es ist Einlass. Es ist Einlass, wie die gleich sofort loslaufen. Ich will eine Autogramm-Karte von dir. Ja. Reicht. So. Und das Schieb bitte. So. Ja, warte, warte. Oh, yeah. Bitteschön. Ich darf ja keine Autogramme geben, weil mein Autogrammstapel ist jetzt mein Stativ hier. Bitteschön. Ja. Ach, ja. Das passiert jetzt. Ja. Das läuft. Alles gut? Alles gut? Es fliegt langweilig. Es ist gut. Es ist gut. Bitteschön. Ja. Bitteschön. Guck mal, was die winken alle. Alter, jetzt kommt ein Prank, ey. Jetzt kommt ein Prank, Alter. Jetzt kommt ein Prank. Jetzt kommt ein Prank hier. Micha, Micha, Prank, Max. Alter, einfach ein Prank, Bro. Der war nur so schlecht, weil auf meinen Kanal kommen keine Pranks. Micha, was machst du da? Nix. Ich meine, der Doktester hat mir gefohlen, die Angst zu malen. Was machst du denn da mit dem Doktester? Darf ich ein Video mit euch machen? Du hast die Brille ausgemalt? Nein. Der Doktester sieht jetzt aus wie ein Panzerknacker. Der Pokémon, das war sehr gut gewesen und der ist sehr klasse gefallen. Oh! Das ist die Stimmung! Jetzt geht's aber ab hier. Oh mein Gott! Was ist mit deinem Freund? Der ist ein riesen Fan, der will dich heiraten, wenn er könnte. Dein Freund? Will einen Mann heiraten? Da würden wir Gedanken machen. Ja, ne, nicht wirklich. Es gibt Momente. Okay, ja geil, freut mich. Wie heißt denn dein Freund? Der heißt Fabian. Grüße Fabian. Freut mich voll. Geil. Herzlichen Glückwunsch, du bist die Letzte! Du bist die Letzte! In der Schlange! Herzlichen Glückwunsch. Viel Erfolg damit. Das nimmt dir keiner hier. Wie fühlst du dich so als die Letzte? Ganz gut. Nicht wahr? Oh, guck mal, du hast sogar hier den Blumenküter. Was ist das? Nee, das ist ein Lecker. Glückwunsch! Sie war die Letzte und jetzt ist vorbei hier. Alles leer. Alles leer. Wie lange waren wir jetzt hier? Drei Stunden. Wir waren drei Stunden hier. Drei Stunden und fünf Minuten. So, das war ein aufregender Tag. Wir sind voll durch. Wenn ihr die beiden hier abonnieren wollt, dann klickt auf die Bilder. Und wenn ihr deren Vlogs sehen wollt, dann klickt auf deren Köpfe. Dann seht ihr deren Vlogs. Bis dann, ne? Macht's gut! Tschau! Ja!